herzlich willkommen zurück zu online wo ich jetzt sagen nein aber online gibt es auch ja aber wir sind ja beim legend ja wie angesagt also beim letzten mal bescheid gegeben sozusagen für euch dass ich mit der jägerin weitermach ja hier ich habe mich beim letzten mal mit dem warlord war das war der war das war der war war ach ja mein deutsch ist lustig heute ich weiß so kann ich das rausschneiden einmal aber nicht ich bin dann schon hier reinkommen aber was überhaupt möglich ist weil quest mäßig bin ich genau gleich wie ich das mit dem warlord gemacht hatte kann auch sein dass ich nur mit einer quest in den dungeon reinkommen ich weiß es nicht kommen in level 5 ok remaining entry count 10 10 auto party oder search for party enter space alleine rein normal es gibt auch verschiedene schwierigkeit gerade jetzt ja normal master hart für kolomit mit monster hp so und so weit ich mache mal hier auto auto party matching mal gucken ob ich reinkommen zieht gut aus kann ich jetzt schon rein sehr automatisch okay sieht zumindest gut aus erster dungeon warum krieg ich schaden da läuft eine zeit ich kann nichts mehr jetzt aber wunderbar 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 wo bin ich denn ach da erster dungeon mit anderen spielern schön ich hoffe ich kriege auch ordentlich loot hier die metzl hier wie gesagt heck insley was ist das ob der magic green das ist eine währung oder so nehme ich immer mit wo 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 dove Trinkt Potion, pack ich natürlich auch mal ein. Oh, was haben wir da? Einfach was eingesammelt habe ich hier. Einfach was grünes, ein Schild war das, glaube ich. Ich glaube, die Drops, der Loot wird automatisch verteilt. Also, dass jeder was bekommt. War es das schon? Nee, oder? Schreiben wir irgendwas im Chat hier. Ich glaube, hier unten rechts geht es weiter, ne? Also links jetzt. Level up. Was habe ich denn für Level jetzt? Level 6. Bin ich der Kleinste in der Gruppe mit dem Level? Ja. So, geskillt hatte ich auch schon. Wird ich gleich auch wieder machen, wenn ich hier rauskomme. Falls ich hier leben rauskomme. Oh, guck mal her, hier. Alles meins. Mein Schatz, meine Schätze. Und die glanzen über die kleinen Skelette hier. So, ich glaube, den Zaun, da könnt ihr euch nochmal ein bisschen leiser stellen, ne? Oder passt euch das so? Das ist zu laut, das ist das zu leise. Und da zu leise bestimmt nicht. Eher zu laut, ne? So, das war's. Ich gehe mal auf akzeptieren. Oh, der gibt es jetzt im nächsten Dungeon. Da geht mir alles wieder viel zu schnell hier. Da kommen wir, alter Mann, gar nicht hinterher. Oh, ich gehe weiter runter in die Tiefe, oder was? Ich glaube, das ist alles noch viel härter geworden, ne? Ihr braucht echt nichts anderes machen, außer die Skills durchdrücken. Nicht, der hat das in der Grammar 3. Lol. Äh, ja. Das wird natürlich später noch schön, 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 schön heftig. Oh, was gab's da denn? Ui, ui, ui. Ach, das war's schon. Hier gab's noch Loot. Was gibt's hier? Karten? Ähm, ich nehme mal hier das hier. Okay, Schuhe. Schuhe könnte ich hier noch mitnehmen. Magic. Ne, jetzt ist das auf einmal weg. Boah, das ging ja viel zu schnell. Auf jeden Fall war's das mit den Dungeon hier. Ähm. Ähm, mhm, mhm, mhm. Was das für eine Währung ist? Keine Ahnung. Eigentlich die Kristalle oder Fragmente. So. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, Level 6 bin ich genau. Na, Hack and Slay, das geht bis hier echt, das hat jetzt gesehen, das geht ratzfatz hier. Schon ist man durch hier in Dungeon. Ich geh auch mal raus. Aber Spielchen ist aber nicht schlecht. Ich hoffe, das kommt nicht, ich hoffe, das kommt nicht noch auf Deutsch. Äh, Detail, Battle, Result, Have Been, Complete, Damage Report, äh, ja. Wo bin ich denn? Okay, vorletzter. Naja. Die waren von Level her auch alle viel weiter als ich. Ich muss irgendwie mal aus der Gruppe raus. Ich möchte aber aus der Gruppe raus. Ähm. Ähm. Krenzel. Wie komme ich denn hier raus? Ad Train, Charakterinfo, Trade, ne, keine Ahnung. Hier vielleicht. Aha. Lief die Party, ja. Ich mache das doch mal ein Tick leiser hier. Ähm. Sound. Allgemein mache ich mal auf 11, so. Okay. Ein. Krenzel. Hallo, auf 11. So. Zumindest ein bisschen leise. So, ähm. Da wollte ich hin. Nein, da will ich nicht hin. Ich wollte hier hin. Und zwar habe ich schon mal Crit geskillt. Hat noch 5 Punkte. Ich hau da nochmal. Increase Crit Damage. Attack. Ich will auch Attacken, äh, ordentlich Schaden machen. Ich hau da erstmal nochmal 2 Punkte rein. So. Ist ja schon wieder angegriffen. Oder? Ist das nervig hier. Ist das nervig hier. Kann ich mir hier in Ruhe stehen hier? Dankeschön. Support. Als Unterstützer. Brauchte ich Mana. Empyrecaval. Movement Speed. Movement Speed. Es kommt da schon wieder so ein Vieh. Ich mach das später. Soll ich nochmal reingehen? Ich will auch mal gucken, was ich für ein Loot habe. Ich stelle mich jetzt mal hier so hin. Ich hoffe, ich habe jetzt mal Ruhe in der Ecke hier. So, Inventar. Ich habe ja so einiges an Zeug bekommen. Was habe ich denn hier überhaupt? Spezial Force Priest Platt. Das ist aber nichts für mich hier. Thun Blader. So, die Schuhe. Die sind für mich. Aha. Wie ziehe ich denn an hier? Movement Speed. Aha. Movement Speed 5. Die sind besser hier. Die sind besser. Oder die. Ne, die sind besser. Die hier. Sieht man die auch? Ich habe jetzt ein Skelett. Ich muss sie nicht genau vor mir hinstellen. Dankeschön. Weg da. Ja. Schön. Ich habe ein neues Schuhchen an. Wunderbar. Was habe ich denn da? Spezial Force Tights. Ist nichts Besonderes. Aber besser als mein Gedönsel, was ich da anhabe. Ich habe neue Strapse bekommen oder so. Was ist alles für ein Blader? Blader. Kampfmagier. Kampfmagier. Na ja. Aber schade, dass man hier nicht besser ranzoomen kann. Ich wollte mal unter ein Höschen gucken hier. Ja. Ich habe schon extra so eine Strapsstrümpfe angezogen. Na ja. So. Ich komme hier mal zum Ende. Ich denke mal, ich werde noch eine Offline-Runde machen im Dungeon. Und danach fange ich wieder an normal zu questen. Wollt ihr mehr sehen vor dem Spiel? Dann sagt mir Bescheid. Dann mache ich weiter. Ich warte erstmal auf euer Feedback. Das ist jetzt der dritte Teil. Die normalen Quest. Ich denke mal, die Folge-Quest, die ich da habe. Ja. Mal gucken. Ich muss mal überlegen. Falls man euch keine Rückmeldung kommen sollte. Ja. Muss ich für mich selber persönlich entscheiden, ob ich weiter mache. Sonst ist ja nur eine Closet-Beta. Wie gesagt, das wird dann nach der Closet-Beta wieder alles zurückgesetzt. Auf Null, denke ich mir mal. Und ja. Ja. Falls von meiner Stelle aus nichts bekommen sollte, kein Video. Dann auf jeden Fall schaue ich wieder rein, wenn es losgeht, in der Open-Beta. Auf jeden Fall. Es macht schon Laune. Ja. Ist jetzt nicht so der große Brüller. Aber für zwischendurch mal so eine Gruppe mit der Gruppe los. Paar Monster-Schnetzel. Na ja. Geht schon. Ne? Jo. Jo. Dann komme ich zum Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir Feedback da. Abo. Daumen nach oben. Kommentar. Alles weitere zum Spiel. Falls ihr auch mal selber spielen wollt. Oder später, wenn es rauskommt, in der Open-Beta. Ihr Hand dran anlegen wollt. Dann alles weitere in der Videobeschreibung. Seite vom Spiel. Wo ihr runterladen müsst. Account erstellen. Und so weiter und so fort. Jo. Das war's denn. Bis dann. Tschüss. Hier wird noch rumgemetzelt. Das kann ja wohl nicht angehen. Hier meine Abmoderation. Hier. Mann, 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 Mann. Das war's denn. Das war's denn. Das war's denn. Das war's denn. Das war's denn, Mann, 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 Mann.